27.2, die erste. Spannende medizinische Fälle, dramatische Operationen und unzählige private Verwicklungen sind die Zutaten für die beliebte Arzt-Serie in aller Freundschaft. Seit der ersten Folge vor 25 Jahren bringt uns die Serie Geschichten mit Herz und Verstand in die deutschen Wohnzimmer. Doch wie wäre es, wenn in Zukunft künstliche Intelligenz die Geschichten schreibt? Und bitte! Die heutige Film- und Fernsehlandschaft basiert zum Großteil auf einem einfachen wie grundlegenden Schöpfungsakt, ein von Menschen geschriebenes Drehbuch. Es ist Wissenschaft, Handwerk und Kunst gleichermaßen. Idealerweise bildet es die Realität ab und spiegelt das zwischenmenschliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Doch was macht ein gutes Drehbuch aus? Ja, Geschichten. Immer wieder gute Geschichten. Geschichten, die die Leute berühren. Und mit einem guten Drehpunkt und Überraschungen und lebendig erzählt. Gute Dialoge, ganz wichtig. Unbedingt, ja. Gute Dialoge ist sehr wichtig. Also Sachen, die sich gut spielen lassen. Das ideale Drehbuch für eine Serie hat zum einen ganz klar verinnerlicht, was das Format der Serie ist, was die, nennen wir es DNA der Serie ist. Dass das getroffen wird, das ist wichtig, weil es gibt eine Verabredung hier. Und dann kommt eine Prise Unerwartetes hinzu. Was genau ein gutes Drehbuch ist, lässt sich jedoch schwer definieren. Die Zuschauer vor den Endgeräten haben meist nur Kontakt mit dem fertigen Produkt. Ihnen ist der Weg dahin nicht klar. Eine lange Vorarbeit mit viel Recherche ist nötig, um interessante Charaktere und eine klare Aussage in eine Geschichte zu verarbeiten. Doch egal, welche Geschichte erzählt werden soll, am Ende geht es um Emotionen. Emotionen im Zuschauer entsteht dadurch, dass er was Vertrautes wieder entdeckt, wo er sich also öffnet. Und innerhalb dieses Vertrauten geschehen dann überraschende Wendungen. Ich kann mich gruseln, ich kann um jemanden bangen. Hier spielt der Suspense-Begriff eine Rolle. Sprich, viele verschiedene Arten von Emotionserzeugung spielen miteinander. Der normale Verlauf eines Drehbuchs in aller Freundschaft ist ein arbeitsteiliger Prozess. Also ich habe ein Team an stoffentwickelnden Menschen um mich herum. Aus diesem Pool heraus stricken wir dann oder schreiben wir dann sogenannte Horizontalen oder Figurenlinien, die die Inhalte, wer mit wem, wer welche Karriereschritte festziehen für eine ganze Staffel oder eine halbe, je nach Arbeitsweise. Das heißt, ich habe eine Zutatenliste. Drehbücher enthalten also bestimmte Anteile an Bausteinen, Abläufen und Gefühlen. Aber lassen diese sich auch berechnen? In Zeiten tiefgreifender technologischer Veränderungen stellt sich die brisante Frage, ob sich die von allen beschworene KI auch diesen Bereich erobern wird und humane AutorInnen damit passé sind. Ist es für eine Maschine möglich, das Leben in seiner Vielfalt zu erfassen? Naja, ich kann im Prinzip aus Daten lernen, wie man vielleicht ein Drehbuch schreibt. Das kann die eine Variante sein. Oder wenn ich beispielsweise ein Drehbuch habe, kann ich rein theoretisch über maschinelles Lernen natürlich auch verstehen, was für Zusammenhänge es beispielsweise in dem Drehbuch gibt. Ich sage mal, das ganze Thema Daten hilft, jeglichen Inhalt zu entschlüsseln. Das muss auch nicht ein Drehbuch zwingend sein. Das kann ein Text sein, das kann ein gesprochenes Wort sein. Das kann im Prinzip alles sein, was wir im Medienbereich finden. Am Ende geht es immer darum, aus Daten zu lernen, zu verstehen, was unsere Nutzer haben wollen, um sie dann noch zielgerichteter ansprechen zu können. Für Drehbuchschreiber mag diese Meldung eher eine Schreckensnachricht sein, für Datensammler eine frohe Botschaft. Schließlich braucht man für die Nutzung der künstlichen Intelligenz jede Menge Daten, mit denen das System trainiert und aus denen es im weiteren Verlauf eigenständig Problemlösungen hervorbringen kann. Die Datenanalyse ist die Grundlage für künstliche Intelligenz. Im Prinzip, sage ich mal, das nennt sich maschinelles Lernen. Und das ist im Prinzip ein großer Paradigmenwechsel, der, ich sage mal, in den letzten 20 Jahren ungefähr stattgefunden hat. Das heißt, ein Programmierer, der früher über Wenn-Dann-Mechanismen gearbeitet hat, hat heute über das maschinelle Lernen andere Mechanismen, ich sage mal, überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen etc. Das heißt, man nutzt im Prinzip die Daten als Grundlage, nutzt maschinelles Lernen und kann eben darüber künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen nachahmen. War in der Vergangenheit die Rechenleistung dafür einfach nicht vorhanden, ist sie nun in der Cloud überall und zu jeder Zeit verfügbar. Somit würde eine Einbindung der KI in den Prozess des Drehbuchschreibens nichts mehr im Wege stehen. Doch wie sieht es mit dem Vertrauen in die neue Technik aus? Für mich ganz privat ist künstliche Intelligenz ein überbewertetes Tool, was noch längst nicht so weit entwickelt ist, dass ich es anwenden können wollen würde. Ich unterscheide am Ende sprachmaschinen generierte Texte, nicht von denen, die ich mit meinem Stift aufschreibe. KI, so wie ich sie verstehe, sucht aus diesem Pool an Textmengen, wo Wikipedia nur die kleinste Textmenge überhaupt ist, die in diesem Pool drin ist, mögliche Antworten auf Fragen raus, macht Titelvorschläge, kann ganze Beiträge oder Hausaufgaben schreiben, alles fein. Was aber passiert ist, sie wiederholt das, was sie am öftesten findet, als erstes. Das heißt, wiedererkennbare Strukturen vervielfältigen sich selbst und werden offenbar durch die Menge an Vervielfältigung immer umso wahrer. Noch immer gibt es viele Gründe, das Innovationsphänomen KI hinsichtlich seiner Struktur und seiner Fehler zu diskutieren. Doch lässt sich das Phänomen der Algorithmen wirklich nicht beherrschen? Eine große Gefahr sehe ich schon im Bereich Fake News, ganz klar. ChatGPT lernt natürlich auf Basis von Daten und auf Basis von dem, oder auf den Daten, mit denen es eben gefüttert wird. Insofern, ich sag mal, immer dieser Faktor nochmal zweimal drüber zu schauen, ob das auch wirklich Sinn macht, das ist, glaube ich, ganz zentral. Dateneingabe und eine ständige Kontrolle der ausgegebenen Ergebnisse sind also ein zentrales Thema beim Umgang mit der künstlichen Intelligenz, was jedoch eine Nutzbarmachung der Technik generell nicht ausschließt. Ich persönlich glaube sehr, sehr stark an, ich sag mal, die Kombination aus Mensch und KI. Und ich glaube, das ist auch beim Thema Drehbuch aus meiner Sicht eigentlich der Knackpunkt. Sprich, ich könnte mir gut vorstellen, dass man künstliche Intelligenz für die Entschlüsselung der Informationen im Drehbuch beispielsweise nutzt. Wichtig finde ich halt, dass der Mensch am Ende entscheidet, sag ich mal. Stellt sich nun die Frage nach der Gewichtung der Verantwortlichkeiten. Wie weit ist der Nutzer bereit, die KI für sich arbeiten zu lassen? Die Entwicklung, ganze Serien KI-mäßig konzipieren zu lassen, unschreiben zu lassen, finde ich tatsächlich erst mal spannend, weil sie erzählt auch, also es hat auch eine sich selbst entlarvende Komponente. Weil Serien ja jetzt schon sich inspirieren lassen von anderen Serien. Also sprich, Kolportage findet ohnehin statt. Und eine KI macht nichts anderes, als das neu zusammensetzen und kolportieren, was von Menschenhand oder qua Internetschwarm ihr eingegeben ist. Wo ich dann glaube, ist möglicherweise wieder, dass das menschliche Element braucht neu. Ich glaube nicht, dass die KI das komplett übernehmen wird. Das ist so ein bisschen das Thema spezifische KI versus generelle KI. Ich glaube nicht daran, dass uns die KI eines Tages übernehmen wird. Das heißt, ich glaube sehr stark an dieses Hand in Hand gehen, an die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Und ich glaube, daraus kann unheimlich viel Power entstehen. Deswegen, ich würde immer sagen, in Kombination ist das eigentlich die beste Lösung. Eine Möglichkeit wäre beiden, Mensch und KI, die prinzipielle Möglichkeit einzuräumen, Neues zu erschaffen. Auf diese Weise kann eine symmetrische Analyse erfolgen, wobei die Frage, wer ist kreativ, Mensch oder Technik, dann empirisch beantwortet wird. Es kursiert ja der Begriff des Halluzinierens bei der KI, weil die KI ja, weil sie KI ist und weil sie keine Wertesysteme hat wie gut oder böse. Und was ich viel wichtiger finde, Fakt und Fiktion trennt die nicht. Also die operiert einfach mit Sätzen, völlig frei von Berührungsängsten mit Inhalten, weil gut und böse nicht gekannt sind. Und das ist natürlich toll. Das heißt, ich kriege Angebote, die sich jeder Wertung entziehen. Das ist eine Freiheit, die ich als Mensch, die immer wertend denkt und die lange meditieren muss, um das nicht zu tun, da erwarte ich doch Novitäten auf meinem Schreibtisch. Und da freue ich mich drauf, weil da ist ja eine gewisse Anarchie los. Und so ist es wie mit allem Neuen. Es braucht Zeit und Menschen, die gewillt sind, technischen Innovationen in ihrem Leben Platz einzuräumen. Nur dann kann daraus Neues und Großes entstehen. Eine Frage jedoch lässt sich heute schon beantworten. Wie wird es, wenn die KI für die ARD-Erfolgsserie in aller Freundschaft die Drehbücher schreibt? Ich bin da eher raus. Also ich komme wahrscheinlich auch wieder rein, wenn es dann soweit ist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ein Rahmen, ein Framing passieren kann, den man sich überlegt, der verrückt ist. Aber es muss dann mit Leben gefüllt werden, mit Gefühl, mit Menschlichkeit. Und das, glaube ich, kriegt eine künstliche Intelligenz nicht hin. Ich bin auch im Moment nicht bereit, darüber nachzudenken. Ich bin auch im Moment nicht fertig. Vielen Dank.